Ladies und Gentlemen, wir wollen ja unbedingt Millionäre werden. Bei Deal-O-No-Deal hat es nicht geklappt, deswegen treten wir heute zu dritt bei Wer wird Millionär an. Und ja, wir spielen das Spiel des Tages, Leute, oder? Leute, ich habe eine Frage. Wir haben doch nicht mal angefangen, aber du hast jetzt schon eine Frage. Ja, seid ihr eigentlich sicher, dass ihr mich dabei haben wollt? Nein, eigentlich nicht. Für die Quote, Sven. Für die Quote, okay. Für die Quote, ja. In irgendwelchen Videos musst du ja dabei sein. Ja. Okay, Zeitlimit? Nein. Nee, dann würde ich voll verzweifeln. Ja, aber Zeitlimit wäre schwer, wenn wir ihn absprechen, deswegen. Wählen Sie die Risikovariante. Die Sicherheitsstufe bei 16.000 wird entfernt. Dafür erhalten Sie einen Zusatzjoker. Den nehmen wir, ne? Ja. Also, wir nehmen ein Limit. Wir nehmen Risiko, aber dafür haben wir einen Joker halt mehr. Okay. Ja, ich rufe Eure an. Ja, mach das mal. Okay, bestätigen. Toll. Ich dachte, aber das ist noch... Ja, okay, gut. Hm, boah, was das wohl ist. Ene. Ja. Mene. Ne. Mene. Ne. Mu. Boah, sind wir gut. Ene, Mene. Null Euro haben wir schon mal. Geil. Null Euro. Wir sind in der Show. Okay, schwimmt er im Küstengewässer an der Oberfläche. Sieht bestimmt auch der... Na, Sven, mach mal. Ja, wow. Highland. Schwimmt er in der Oberfläche. Sieht bestimmt auch der... Ich würde sagen Highland. Christus. Christus. Messias. Highland. Erlöser. Achso. Ja, ich bin Highland. Ja, ich auch. Okay, komm. Highland. 50 Euro. Nice. Sauber. Das war schon schwer. Wovon ist immer wieder im Zusammenhang mit der Kennedy-Familie die Rede? Nörgel, Fluch, Zeta? Moth. Ich glaube nicht, Zeta null. Ich würde sagen Fluch. Würde ich jetzt auch sagen. Weil der eine wurde erschossen, die andere ist so... Stimmt, die Kennedy-Familie, ja genau, Fluch. Die haben alle umgebracht oder irgendwie so. Die sind alle irgendwie gestorben, ja. Da haben sie umgebracht. Sie hatten einen Täter angestellt, damit er selber es gibt. Sven hat es aufgelöst. Fluch. Also Fluch? Ja. Ja, komm. Nicht der Fluch. Sauber. Oh, Mann. Beim Fluch. Ist ja easy. Komm. Okay. Der Genitiv ist der GG. Gedanke, Geistesblitz, Einfall, Schnaps-Idee. Okay. Also ich würde jetzt zwischen A und C sagen. Gedanke und Schnaps-Einfall. Ja, oder? Der Genitiv ist... Nur mach den mal. Geistesblitz, Einfall, Schnaps-Idee. Wenn Sven sagt A oder C, dann bin ich eher für C. Für C bist du? Ich würde dann C sagen. Oder wollen wir den Zusatz-Joke? Jetzt noch nicht, nee, nee. Ey, wir brauchen unsere Joke noch. Okay. Wenn wir die Mille holen. Einfall. Einfall? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Okay, ich... Oho, Leute, ihr seid... Wuh, sheesh, Alter. Okay. Sheesh. Wer gehört zum Mitarbeiter-Team vieler deutscher Flugbetreiber... Flughafenbetreiber, sorry. Kröten, Vagerrad, Ameisenstraßen, Kehrer. Maut-Wust-Hügel-Plätter, Vogelschlag-Beauftragter. Bernd, die Frage musst du hier beantworten. Ich bin noch nie beim Flughafen gewesen. Ich hab aber keinen von denen gesehen. Ich, äh... Vogelschlag... Okay, geht man es logisch an. Kröten. Warum sollen Kröten da rumlaufen? Da ist... Also, im Flughafen ist ja eigentlich nichts Teichmütiges. Also, ich würde ich A ausschließen. Ameisenstraßen-Kehrer würde ich auch ausschließen. Wieso das denn? Wieso würdest du Ameisenstraßen-Kehrer... Also, Maut-Wust-Hügel... Oh, Straßenkehr. Ich hab Straßenverkehr gelesen. Entschuldigung. Straßenverkehr. Ja, genau. Ameisenverkehr. So ein Lose, der auf der Straße steht. So, ihr müsst ihr Fahrlang. So, jetzt habt ihr... Nein, nicht deswegen Ameisen, sondern wegen diesen Fahrzeugen. Also, weil die halt auch alle so eine Reihe doch fahren mit diesen Koffern und sowas alles. Also, ich würd's ja... Also, C ist... Die Gepäckbasen, meine ich sagen. Das ist ja doof. Ja. Ich würd... Logisch... Ich würd's eigentlich noch diese Leute, die hier mit diesen ollen Dingern so rumwinken. Ist das nur beim Militär oder auch beim normalen Flughafen? So, beim normalen... Oder? Ja, dann sind das die. Dann sind das die. Also, D. Also, ich würd's auch für D. Ja, dann müssen das die sein. D klingt doch logisch. Ich hab's ja... Sauber! 300 Euro! Das sind hundertprozentig die Leute, die so dumm rumwedeln. Nee, der glaub ich nicht. Was wird... Doch, hundertprozentig. Was wird beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung festgestellt? Deckungssumme. Fahrungskutzen. Fahrungskutzen. Zeugungspotenzdeckungssumme, ja. Also, Deckungssumme. Die Begattungsmenge, da bin ich überrascht. Also, ich bin eigentlich für die Zeugungspotenz. Ja, ich... Sven ist sich ziemlich sicher und sagt Deckungssumme. Wir vertrauen Sven mal. Oh, Sven hat uns 500 Euro organisiert. Ein riesen Applaus für Sven. Dafür könnt ihr ein Like da lassen. Okay, nächste Frage. Auf welchem Weg gelangt das Fleisch schon mal in die Pfanne? Paniergasse. Panierstraße, glaube ich. Panierstraße, ja. Auf welchem Weg gelangt das Fleisch schon mal in die Pfanne? Ich bin für die Pfanne. Ich auch. Paniergasse. Also... Marin... Was man hier... Auf welchem Weg gelangt das Fleisch? Fleisch? Fleisch! Fleisch. Fleisch schon mal in die Pfanne. Herzlich willkommen! So Fleisch! Also ich bin... Paniergasse ist es nicht. Marinierallee... Nein, das ist die Panierstraße. Das muss Panierstraße sein. Ich denke an Schnitzel. Ich auch. Und heute... Heute ist Welt... Schnitzeltag, ne? Internationaler Schnitzel- und Blowjob-Tag, ne? Hatte die eins von den beiden? Schnitzel. Ja, das beides. Ich hatte Schweinemedaillons, aber... Kein Schnitzel, aber... Ja, das andere kann man... Könnte... Dann hast du noch keine Rippen entfernt werden, sonst kriegst du das selber. Ich heiße dich noch in der Mensa. Leute? Ja? Sibirien und Alaska, was liegt dazwischen? Also ich bin da raus. Was liegt zwischen Sibirien und Alaska? Oh Gott. Also das könnt ihr ganz gut machen. Borellenteich... Bordbarsch... Bord... Bordbarsch? Das klingt das, ne? Borellen, Bering, Babeljau. Also ihr habt ja die Weltkarte studiert. Bordbarsch klingt für mich echt doof. Deswegen muss ich es an meinen. Borellenteich eigentlich. Ich würde A sagen. Heldmoment halt. Oder B? Ich sage einfach mal gar nichts. Ich sage einfach mal gar nichts. C, genau. Gering, Geringsee. Oder wollen wir... Ja, ich würde... Also zwischen A und C sagen, deswegen würde ich einfach sagen, mach mal 50-50. Bei dem Beinverteid verzüglich bleibt. Ich könnte hier ein Zeug anrufen. Also was soll ich nehmen? Wir müssen uns ja schon sicher sein. Ich will 50-50 sagen. Ja, komm, 50-50. Ich will A oder C sagen. Alles klar, C. C? Ja, bin ich easy. Sicher? Wir fallen nach 500 Euro zurück. Bordbarsch ist... Das zack, ey. Ne. Sauber! C! Ja, siehste. Ja, ne, du musst gut drauf. Okay. Ja, danke. Ich habe einen Ronaldo-Trikot an. Sü! Der Stift für Erfolg. Marc Knopf war 2012, nach zwölf Jahren wieder an der Spitze der Albenstadt eroberte, ist der Ex-Freundmann welcher Band? Aber ich kenne ich gar nicht. Also wenn wir sagen, The Police ist halt nur was. Ich kenne die anderen jetzt nicht. Status Quo? Status Quo kenne ich aber auch. Status Quo? Doch, die kenne ich auch. Status Quo? Die... Wieso kenne ich die? Vom Namen her, ich habe nie ein Lied von dir gehört, bestimmt. Also völlig um... Doch, wahrscheinlich hast du den schon mal ein Lied gehört. Ja, und wenn meine Eltern in den 1 hören oder so. Ja, ne. Dann weiß ich halt nicht, okay, das ist jetzt Status Quo oder so. Also ich kenne Police und D. Und A, sag mal auch irgendwas. Dire Straits. Was hat so... Was B? Lynert, Skynert. Könnte irgendwas aus Weißrussland oder so sein. Ich hätte es ja irgendwie schon in Finnland gesagt. Ja, oder so aus... Ja, aus dem skandinavischen Bereich, ja. Aber Marc Knopf... Das kenne ich noch skandinavisch. Also ich finde halt sagen, ja, BXC. Sind die beiden Deutsch Police und Status Quo? Ne, Police, ich glaube, Amerikaner. Also Status Quo? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, okay, das muss ja nicht heißen. Ist ja kein Ruhelfrontmann? Na, da muss es ja nicht schon. Gut, also wenn du sagst, C, sag hier von Amerikaner für dich. D. Na, wie viel Status Quo? Hier eine Frage. Wenn wir jetzt verkarten, die Frage. Kommen wir dann wieder zurück auf 500 oder... Wie ist das? Denker? Warte, wer? Ähm, also wenn wir jetzt falsch beantworten, kommen wir... Macht ihr nächstes, ne oder ne? Kommen wir zurück auf... Das kann man ja, das kann man ja lösen. Ich glaube, ich glaube, das ist D. Du meinst wirklich, ist es D? Ja, wenn du sagst, das A und B sagt uns nichts. Das heißt, das kann... Dann kann das nicht im Folgerang sein. Weißt du, dann sagt nichts. C ist amerikanisch. Das heißt, da kann kein Frontmann sein, der mal Knopfle heißt. Und D müsste es dann... Wenn man die anderen drei ausschließt, müsste es D dann sein. Mit dem Ausschlussverfahren. Ja, komm, lass mal D machen. Ausschlussverfahren. D? Ja. Okay, dann nehme ich D. Ich hab mir nix von Linus genült. Beste Band oder sein. A. Upsi. Toysman. 500 Euro. Toysman. Ich hab dir nur zugestimmt bei deinen Ausschlussverfahren. Ja, genau, du hast mir zugestimmt. Ja, okay. Das war's, oder? Ja. Okay. Tschüss. Ja, Leute. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal versuchen, die Million zu knacken, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber das Abonnieren nicht vergessen. Und damit sage ich... Tschau. Mit V. Mit V. Tschüssi. Special. Special.